Hey, what's up, guys? Es geht wieder weiter hier bei MMM. Und wie heißt dieses Level? Mushroomish Kingdom? Ist das nicht ernsthaft? Der hat ein Original-Level, oder will der mich rollen? Und wie geht es mit diesem Level? Auch die lustig lustig auf jeden fall weiterempfehlen nein nein fuck oh man nein du nutte oh fuck So, gehen wir. Na komm, beeil dich mal hier. Okay, alles klar. Ich mach hier trotzdem erstmal einen Cut, da wir jetzt hier rechts lang müssen. Denn hier in diesem Spiel ist doch eh alles rechts. Also, bis dahin untausend. Ich hatte ihn. Ich hatte ihn wieder. Ey, diese Spur. So, ich mach hier. So, ich mach hier. Fuuuuck! Ich kenne den Schwungchen. Das kann sich für mich schon fast ans Unmögliche. Diese scheiße Manscheldecke da oben, Alter! Ich geh mich hängen! Da 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 da! Da 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 da! Da da da! Das Leben ist so schön! Das Leben ist so schön! Da 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 da! Oh Mann ey! Diese Scheiß! Hitler! 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 Alles Hitler! Hitler! Es ist zum Heulen mal wieder ey! Arschloch! Geil! Oh, ey ne! Jaaaa! T-t-t-t-t-t-t! Fotzen-Scheiße! Noch so'n Scheiß-Sprung! Egal! Ich verpisse mich erstmal! Bis zum nächsten Mal! Und das mit einem gewöntigen Hitler! Leer! Hey! What's up guys! Eine Woche später geht's mal wieder hier weiter! Für mich! Zumindest! Bei MMM! Boah! Ich stelle mich erstmal hier hin! Bloß aber wie soll ich jetzt nicht diesen Sprung machen! Denn dieser Sprung wird schon auf jeden Fall schon mal wieder Zwergenschwänzen! Da kommt der überhaupt da links irgendwie hier lang! Ne! Das! Okay! Einfach mal aktivieren! Ich hab eh kein Leben! Okay! Hier schon mal nicht! Okay!